Willkommen zurück zum OKCHAO-Podcast. Hier erfahrt ihr alle News rund um Promis, Social Media und andere Popkultur-Themen. Wir geben euch heute ein Update zu der ganzen Sally und Murat-Sache. Es ist wild. Wie es ausschaut, ist die ganze Sache irgendwie noch nicht vorbei. Wir haben einen Murat, der auf Instagram rumheult. Wir haben jetzt einen Ex-Manager, der ihn exposed. Es ist Sally, die immerhin, ja ja, noch weiterhin schweigt. So, in unserem Deep Dive, das ja total durch die Decke gegangen ist, haben wir über Sally und Murat gesprochen. Das heißt, wenn ihr wissen wollt, was abgeht, geht zu diesem Video zurück. Dort haben wir die Ereignisse zusammengefasst und eingeordnet. So, dort hatten wir auch festgestellt, dass Murat anfänglich seine Trauer gegen Sally instrumentalisiert hat, dann aber zurückgerudert ist. Seitdem war es dann auch relativ entspannt, bis er letzte Woche Donnerstag wieder kryptische Nachrichten in seinen Storys gepostet hat. Er hätte mit seinen Töchtern in die Türkei fliegen sollen, aus Gründen, die er aber nicht nennt, hatte es aber nicht funktioniert. Er schreibt dazu. Aber es hat mir etwas ein Strich durch die Rechnung gemacht. Aber dazu morgen. Denn morgen kam eine konkrete Erklärung, aber nicht. Typisch Murat. Ja. Eine Stunde später postete er dann, ich kann es nicht verstehen, dass man sich derart fremd werden kann, nachdem man so viel und so viel Schönes miteinander erlebt hat. Es ist so unglaublich. Einfach so, als hätte man sich nie gekannt. Eine Stunde später, ich muss mich so zusammenreißen, nicht auszusprechen, was ich gerne aussprechen würde. Ich muss mich so zurückhalten, nicht das zu erzählen, was ich täglich erleben muss. Ich zerbreche daran, weil ich still sein muss, um andere zu schützen, die mir am wertvollsten sind. Ich bin geradezu schwach zum Kämpfen, aber noch stark genug, um nicht aufzugeben. Grinse einfach weiter und halte deine Maske fest. Murat, ey, sei ruhig, Mann. So, danach folgte eigentlich nichts mehr, außer so random witzige Storys. Freitag folgte dann eine Story, auf der er ein Bild des Briefkastens gezeigt hat und dazu geschrieben hat, lieber Briefträger. Der Briefkasten rechts ist der Briefkasten vom Gärtner. Ja, der Typ mit den Hühnern. Da kannst du ruhig die Briefe reinwerfen. Glaube mir, der Typ gibt niemals auf. Also er nennt sich selber den Gärtner? Das ist eh so ein Inside-Joke. Er ist der Gärtner mit den Hühnern. Was ich weird finde, ist die Sache mit, ich gebe niemals auf. Was gibst du nicht auf? Ich glaube, der redet die ganze Zeit über dieses Haus. Aber steht das nicht schon fest, dass er da drin bleibt? Okay, wir reden gleich. Okay, Donnerstagabend postete dann auch Achmed, der Ex-Manager von Sally und Murat, eine Reaktion auf unser Video. Was echt krass war. Ja, wo er richtig tea gespillt hat. Vorweg, eine kurze Einordnung unsererseits. Achmed hat circa vier Jahre für Sally und Murat gearbeitet. Er kennt die beiden und ihre Familien. Alle sind cool miteinander. Und er hat ihnen vor allem in ihren Anfängen geholfen. Also Thema Rebranding, Ausmachen vor Werbedeals etc. Er hat dann heute persönlichen Beef mit Murat, weil er ihn ziemlich unschön und ziemlich unpersönlich als Manager gefeuert hat. Das Ganze musste er auch vor Gericht austragen, weil Murat sich laut Achmed geweigert habe, die restlichen Rechnungen zu zahlen. Man hört bei Achmed vor allem raus, dass er enttäuscht darüber ist, dass A, wie man mit ihm umgegangen ist, kann ich voll verstehen. Stell dir vor, du kennst jemanden, du magst jemanden und du bist auch professionell cool und dann wirst du einfach fallen gelassen. Und dann natürlich, dass er mit keinem Wort heute irgendwie in der Geschichte von Sally und Murat, also vor allem Sallys Welt, erwähnt wird. Er wurde halt quasi unsichtbar gemacht. Die Vorwürfe, die er gegen ihn erhebt, sind folgende. Und die sind interessant. Murat würde immer maßlos übertreiben und ständig lügen. Beispielsweise dieser 140k Werbeangebot dieses Margarine-Herstellers. Schon damals, als ich das gesehen habe, dachte ich mir so, boah krass, ist das eine heftige Summe. Das sind eigentlich Summen, die wir aus heute kennen, dass InfluencerInnen so viel bekommen. Aber ich habe es halt nicht hinterfragt, weil ich mir dachte, okay, vielleicht war Sally einfach so viel wert zu dem Zeitpunkt. Who the fuck knows? Die wussten ja nicht, Sally, Convalley, was auch immer, keine Ahnung. Genau, genau, genau. Und auch die Sache mit der Mutter sei maßlos übertrieben. Er sagt, und das haben wir ja auch eingeordnet in einem Video, dass sie so genervt die ganze Zeit guckt, dass Sally immer davor Angst hatte, was Murat gleich wieder sagen wird, weil vieles oft nicht echt war, nicht der Wahrheit entsprach und maßlos übertrieben. Und das hat die unter ständigem Stress und Druck gesetzt. So was labert er gleich wieder da. Darüber hinaus sei Murat ein schrecklicher und unangenehmer Arbeitgeber und Kollege. Er habe Sally wohl oft vor dem gemeinsamen Team auflaufen lassen. Ich zitiere ihn, Respekt, dass Sally das so lange mit ihm ausgehalten hat. Das Team sei wohl vor Freude ausgeflippt, als sie erfahren haben, dass Murat nicht mehr Teil von Sallys Welt ist. Das würde halt zu diesem Podcast-Ausschnitt passen, den wir ja im Deep Dive so ganz am Anfang gestellt haben, sodass sie ihn ja auch so ein bisschen in die Pfanne gehauen hat und sie auch meinte, ich habe das von dir gelernt. Genau, ja. Ahmed sagt, er ist über Leichen gegangen, um das zu schaffen, was er mit Sallys Welt geschafft hat. Dabei traf er auch Entscheidungen, die gegen Sallys Willen und auch Arbeitsphilosophie waren. Das ist eine Einschätzung der Trennung. Er ist fassungslos über Murats Umgang mit der Trennung halt auf Social Media, was er noch macht bis heute. Wir haben auch noch Kontakt mit ihm. Er vermutet böse Absichten und gibt nicht, so wie wir das gemacht haben, Murat den Benefit of the Doubt. So, jetzt sind nach meinen Notizen, die ich gestern gemacht habe, noch einiges passiert. Und die Clips werden wir jetzt einblenden. Murat hat jetzt gestern, also Montagabend, Storys hochgeladen, in denen er Wanzen und heimliche Kameras gefunden hat. Und damit impliziert, dass Leute ihn versuchen, hier auszuspionieren. Und dann hat er sich auch mit Johnny Depp verglichen. Man versucht hier aus mir den Johnny Depp zu machen. Und dann hat er sich auch natürlich ein paar Scherze erlaubt. Also Johnny Depp und Amber Rose wahrscheinlich. Genau, genau, genau. Er sei Johnny Depp, dem man versucht irgendwie, keine Ahnung was anzu... Ja, ja, ja. Und richtig crazy. Also quasi der Vorwurf, ohne ihn konkret zu nennen, Sally oder Sally und ihr Team spionieren mich hier aus, um mich in die Pfanne zu hauen. Ganz ehrlich, diese Kameras sahen halt aus wie normale Überwachungskameras, die man hat, um vielleicht, also hier im Eingang, Ausgang, was auch immer. Und die haben ja auch Kinder. Und vielleicht, weil Sally die ganze Zeit weg ist, hat sie diese Nannycamps aufgestellt, um ihre Kinder zu sehen oder so. Who knows? Ja. Als ob, ich kann, also ich kenne Sally nicht persönlich, keine Ahnung, ich weiß sie auch, voll der Killer. Und hinter den Kulissen, so sie backt dann so und dann einfach mal so... Willst du messen, was passiert jetzt? Aber ich glaube das nicht. Als ob die so dumm ist und Kameras ausstellt und... Die ganze Geschichte ist einfach absurd. Und was soll das bringen? Du kannst vor Gericht nicht irgendwelche Videos reinschicken, um welche Dinge zu beweisen, dass du darfst Leute nicht aufnehmen. Nee. Also oder was denkt die, was Sally... Also keine Ahnung, will Sally die Videos nehmen, um ihn zu erpressen oder so? Hat sie ihn beim Masturbieren erwischt oder so? Ich hab ja dann auch Achmed geschrieben. Mein erster Gedanke war so, hat er die vielleicht da selbst irgendwann in der Vergangenheit aufgestellt und vergessen? Das Witzige war das, was Achmed dann gesagt hat, dass vielleicht hat Murat in seinem Kontrollfreak-Wahn irgendwann in der Vergangenheit Kameras aufgestellt und die dann einfach wiedergefunden. Und daraus eine Story jetzt gemacht. Ah stimmt, was hat er dir denn gesagt zu seiner Einschätzung? Was mit den Kamerarztinnen gefragt? Ja, ja, genau. Ach so. Das meinte er. Ah, nur das, okay. Und dass er das unterm Strich einfach schrecklich findet, was er jetzt schon wieder tut. Alles, damit Leute wütend auf Sally sind und sie halt als böse Wicht darzustellen. Er ist wirklich fassungslos über den Verlauf der Dinge. Das Ding ist, also er spricht ja die ganze Zeit darüber, dass er irgendwas verlieren wird oder was auch immer. Ich glaub, er ist nicht in die Türkei gefahren, weil er wahrscheinlich Angst hatte, dass wenn er wieder da ist, das Haus weg ist oder so. Hat die so schnell abgebaut, oder? Nee, nee, also mein Vater ist das ja passiert. Wie? Der ist auf Geschäftsreise gegangen und hat seine Familie einfach seine Wohnung für sich beansprucht. Ach so, dann ist er nämlich hier reingekommen. Nee. Oh, scheiße. Aber es ist auch Italien in den 80ern gewesen oder so, keine Ahnung. Ja. Und war doch crazy. Aber vielleicht ist das bei den Türken auch so, I don't know. Aber er macht, glaube ich, jetzt so House-Sitting. Der ist jetzt die ganze Zeit in einem Haus drin. Er muss ja auch den Ort nicht verlassen, weil das ist ja gar zur Stadt, ne? Genau, ja. Und ich glaub, der hat irgendwie Angst, dass man ihm das wegnimmt, weil er hat ja auch von Anfang an gesagt, dieses Haus bedeutet ihm alles. Das ist das Einzige, was von seinem Werk noch übrig geblieben ist. Er musste seinen Netflix-Account abgeben und seine Kaffeemaschine. Aber das Haus ist noch da. Ja, ja. Which I get, dass er Angst davor hat. Aber was interessiert uns das? Vielleicht will Sally zurück ins Haus oder so. Ja, aber es ist, er hat ja gar nichts. Er hat keine Fanbase wie Sally. Das stimmt nicht. Und wahrscheinlich, er nutzt, nicht wie Sally. Okay, nicht wie Sally. Aber er nutzt die Öffentlichkeit für sich. Er glaubt, dass es seine einzige Munition ist. Ja. I don't know. Es ist halt wirklich peinlich, wenn ich seine Tochter, Papa, ey. Hör mal auf, jetzt die Mama so zu ärgern. Was machst du da? Also, als ob Sally den Murat rausschmeißen würde. Als ob. Und außerdem, wenn das Haus das Einzige ist, was von dem Üblich gebieden ist. Ich kann mir sogar vorstellen, dass die ganzen Teammitglieder gar keinen Bock auf den haben. Ja, und keiner denkt an dich, Murat, wahrscheinlich. Ich wollte wahrscheinlich nicht, dass er wieder irgendwie irgendwo reinkommt und irgendwas anfängt zu bauen. Ja, genau. Kontrolletti ist und so. Der macht das bestimmt. Der kommt dann so rein. So, Murat, du arbeitest hier nicht mehr. Ich warte. Der hat doch immer diesen Staubsauger mit der... Mit der Fernbedienung. Und der macht bestimmt immer irgendwas. Ich wollte nur kurz was abholen. Baut irgendwelche Sachen ab. Nimmt die mit zu sich nach Hause. 100 Prozent. Das kann ich mir so gut vorstellen. Alle Teammitglieder immer so. Sally, kannst du denn bitte... Können wir da irgendwas tun? Der Murat Staubsaugt hier schon wieder, ey. Stellt sich in irgendein Set, will was filmen. Murat, hier sind keine Kameras. Du arbeitest hier nicht mehr. Oh mein Gott, warte. Nein, wir kriegen wieder Kommentare. Das ist nicht so gemeint, so Murat. Der hat auch... Ohne Murat hätte Sally gar nichts geschafft. Ja, aber das sagen die doch. Ich kenne euch doch mittlerweile. Ein paar. Die meisten sind echt nett zu uns. Danke schön. Oh mein Gott. Ja, es ist auf jeden Fall richtig wild. Kann man nicht bei dem nur ein Verlassungsklage machen? Hör auf zu Staubsaugen und zu arbeiten bei uns. Wir sind getrennt. Boah, was macht Murat, wenn Sally 9 hat? Das wird Dennis Kotsch und Yannick Contales 2.0. Ich dachte eher an Olli und Amira. Ich finde, in meinem Kopf sieht auch Sally aus wie Amira irgendwie. Ja, das stimmt. Nee, nee, aber wirklich, der wird auf jeden Fall so herzerfüllte Stories hochladen mit irgendwelchen Mitgliedern. Love the way you lie oder so. Und dann sagen sie, ich kann nicht glauben, dass unsere Liebe dir so wenig bedeutet hat. Wir haben zwei Kinder, du wachstest einen neuen zu haben. Ich kann immer... Dann braucht Hilfe. Und dann kommt der mit so einem Lookalike oder so um die Ecke oder so. Eine Frau, die genauso aus dem K. Wie bei Kanye, der dann mit der Bianca damals gekommen ist. Oder der davor. Oder der davor, die irgendwie alle aussahen wie Kim K. Ja. Das war creepy. Wusstest du, dass der Bruder von Kim Kardashian... Rob. Mit Rob Kardashian, genau. Es gab wohl so einen Wettbewerb, so einen Kim-Lookalike-Wettbewerb oder sowas. Ja. Und er hat die Gewinnerin gedatet. Also die Person, die den Lookalike... Also wer sieht Kim Kardashian am ähnlichsten aus? Die Gewinnerin hatte was mit Rob. Oh. Das hat nichts damit zu tun, ist gerade aber crazy. Oh mein Gott. Ja, auf alle Fälle, Murat dreht am Rad. Das ist wahrscheinlich nicht das letzte Mal, dass wir drüber reden werden. Murat ist in seiner Julian-Ziedlow-Ära. Aber in Deutschland, weil er wird nicht verreisen. Und er wird auch nicht in Thailand gejagt von der Polizei. Nope. Der bleibt da. Der wird auf jeden Fall... Ich sehe dir auch schon, schau dir mal vor. Da ist so ein Zelt aufgebaut im Garten. Und die gucken mir mal alle so raus. Murat so... Oh mein Gott, okay. Murat, wir wünschen dir alles Gute. Ja. Hör auf. Genau. Und ihr kommentiert, wie schnitt ihr die ganze Situation ein? Ist das vielleicht nicht... Wir müssen drüber lachen. Ich weiß, es ist eigentlich richtig scheiße, aber anders können wir nicht damit umgehen. Oh Gott, echt. Es ist eine so absurde Situation. Und es zeigt doch, dass wenn du auf Social Media so übertreibst, bist du am Ende der Buhmann. Alle machen sich über dich lustig. Das ist peinlich, was du machst. Auch wenn du recht hast. Mach vernünftige rechtliche Schritte. Dir kann kein Mensch irgendwas wegnehmen. Du bist... Das Haus ist Lebensmittelpunkt der Kinder. Du hast dich mehrheitlich um die Kinder gekümmert. Männer haben auch Rechte. Väter haben Rechte. Das ist alles... Das will ich gar nicht sagen, dass Murat jetzt irgendwie weggenommen werden soll oder so. Der ist der Vater. Das ist okay so. Genau. Und du sollst im Haus bleiben und du sollst chillen. Ja. Was ist das online? Und mach deine eigene Sache jetzt. Ja. Dein Buch. Hier, du hast da was. Ja. Dein Buch, deine Talks. Hier, vernetz dich mit Bion. Vielleicht könnt ihr da was zusammen starten. Ja. Die irgendwie... Der Club der Ex-Teufelinnen. Ja, Club der Teufel. Das war doch immer alles Ex-Teufel. Nee, 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 nee. Wieso? Okay, wir hören jetzt auf. Okay. Für mehr Popkultur-Content folgt uns auf Instagram, YouTube und TikTok unter okchopodcast. Die gesamte Episode könnt ihr euch als Audio-Podcast auf Podimo, Spotify, Apple Podcasts oder überall, wo es Podcasts anhört. Weil wir, das ist nur ein Teil unseres Podcasts. Oh ja. Der Rest ist Audio und wir wünschen euch eine schöne Woche. Okay, ciao.